Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über Berlin Tag und Nacht. Unsere heutigen Nachrichten werden sprechen über, Amelie hat Amnesie. Sie griff ihre Adoptiveltern an. Es war ein riesiger Schock für Amelie. Bei Berlin Tag und Nacht wurde sie von einem Auto angefahren. Was sie noch nicht weiß, in dem Wagen saßen Dean und Olivia. Doch auch für Milla könnte das nun Konsequenzen haben, ihre Eltern wollen Amelie gegen ihren Willen nach Österreich holen. Aber der Arzt sagte Milla, dass Amelie Amnesie hatte und zur Behandlung bleiben musste. Als Amelie fürchtet, dass ihre Adoptiveltern sie gegen ihren Willen mit nach Österreich nehmen, reißt sie aus. Doch Milla findet ihre Tochter und verspricht ihr, dass sie um sie kämpfen wird, koste es, was es wolle. Kann Amelie bleiben? Milla wacht am Morgen verliebt neben Eric auf und würde sich am liebsten direkt zu ihm bekennen, bringt es aber unsicher nicht übers Herz. Viel zu sehr überwiegt gerade ihre Sorge, dass Amelie wieder zu ihren Adoptiveltern muss. Denn obwohl Milla für ihre Tochter kämpft, wollen die Amelie mit zu sich nach Österreich nehmen. Trotzig sieht Amelie deswegen keinen anderen Ausweg, als heimlich auszubüchsen und taucht ausgerechnet bei Olivia und Dean auf, die vom schlechten Gewissen geplagt sind. Als Milla dazu kommt, die Amelie verzweifelt gesucht hat, verspricht sie ihrer Tochter, dass sie sie niemals im Stich lassen wird. Gemeinsam mit Amelie appelliert sie inständig an die Adoptiveltern, dass sie bei ihr bleiben darf. Schreiben sie uns in der Zwischenzeit ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Berlin Tag und Nacht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.